So, so, es gibt also einen Plan, dann schieb mir da blau so, es würd' ihr alle dördreit. Aber Schatzi, sei doch nicht so wahr. Die Schatzi sind nicht der längste Tiefwest. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du ziemlich viel Geld erwätzt. Er ist gar zu dem ihn schwiegen, aber haupt's nicht leisten. Da kömmt Raute, ja, als Rügge. Und, wer sind da, wie? Na klar, was denkst du denn? Hält ihr denn einen mit Gustav Kürt? Ja, die FDX den Fadeschubtest hemmen wollt. Na, da kann ja wohl nix mehr Schiff kommen. Oh, ich kann gar nicht warten, dass ich nur wie mitmach. Ja, ich schleif, was wird mir ühren. Peter, dann mag das doch so, es ist ich. Denk einfach an das viele Kölz und dann kann ich da zirke kaum wie Pferde. Und, wo reitert du mit dem Test? Hm, also, wenn ich das richtig sei, dann reitert hier einfach. Wie brug bloß von allen der in Frage gekümmtene Schwinge pro und die reitern echter noch nix los im Labor. Also, ich will nicht, ob ich so viel wie nene kriegt. Anton, was merkst du? Was merkst du denn da? Na, ob ich so viel Spigge bin, den ich krieg, den Birkes. Die sind doch immer so graut. Was will die denn mit dem Birker voll Spigge? Das sind doch die Kurven für die Samenbank. Für die Urin-Kurven. Die gehört doch bloß in kein Notessen und keine Schulglas. So, nun, nun stirbt er da drin, los, den Schnüß. Bruder, legt doch klein, so innen kann ein Pfadern werden. Bruder, legt doch klein, so innen kann ein Pfadern werden.